Hallo und herzlich willkommen zum Rocket League Shop B.G.W. kommt mal rein, was heute Neues gibt. So geht das? Wir haben, hier oben haben wir immer noch vor 800 Rocket League Coins Gigas Auto. Dann haben wir immer noch gigas Artikeln vor 300 Rocket League Coins. Dann gucken wir mal in den täglichen Shop. In den täglichen Shop haben wir Gigas Auto vor 800 Rocket League Coins. Wenn ihr jetzt einen Rocket League kauft, bekommt ihr es in Fortnite. So einfach ist es. So. Dann machen wir die Tiefelung vor 800 Rocket League Coins. Dann haben wir noch gigas Artikeln Reifen. Okay, die gehen gucken, pekakulär auch. Und das vor 1400, wie was das ganze Feuer ist. Aber sie sehen pekakulär aus. Wo ich von gar nicht. Dann haben wir noch, was hinten nach dem Auto kommt vor 600 Rocket League Coins. Dann haben wir natürlich noch gigas Artikeln Reifen, die eigentlich mehr können. Vor 900 Rocket League Coins. Dann haben wir noch. Dann haben wir noch. Dann haben wir gigas Auto jetzt auch ein Rocket League bekommen. Dann haben wir scheinbar 2700 Rocket League Coins. Tolles ganze Paket. Und im Fortnite bescheinbar 2800 Reibach. Hier bauen wir jetzt 100 Coins. Wenn wir das in Rocket League kaufen, bauen wir 100 Coins. Und dann für mich erhalten wir auch alles von Fortnite, wenn wir das in Rocket League kaufen. Ruhig vorgegangen, wenn ihr ein paar Coins fahren wollt. Ich brauche jetzt nur noch. Ich will ja mehr. Ich kann ja mal gucken die Coins. Irgendwann die Coins. 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 Und das ist Bayern. Das weiß ich ganz genau. Das ist Bayern München. Bayern München Design vor das Auto. Gordmund Design. Gordmund Design gefällt mir. ich habe ja früher auch immer fußball guckt gordmund aber heutzutage guck ich halt kein fußball mehr deshalb also gordmund ist schon geil aber die anderen mannkappen gespanien, lagminast, lagminast, bayern, gordmund, lagminast, lagminast eure öffnung gibt es noch aufzureißen und das ganze bangle guckt mir 3500 Wurke die koin und wie lange bleibt im giga bangle ist 7 tage ok kann man natürlich alles einkaufen oder man kauft alles sogar, das müsst ihr halt ein bisschen was hier machen so, dann haben wir noch gleich gigas, bangle bleibt noch eine gungel ins job, ganz einfach finde, gell? giga bangle, dann haben wir noch dieses paket dann haben wir natürlich hier noch giga bangle, dann haben wir natürlich 4,50 euro paket immer noch dann haben wir jetzt 15,90 euro paket und das war's mit dem ruck mit shop video, lacht ein abo gar und dann wollte ich mich freuen, wenn ihr auch im raum nach oben gar lachen wollt und ein kommentar natürlich, wollte ich mich mehr Leute freuen damit hilft mir gegen einen ruckmuch, dass mehr leute das video sehen, danke an jeden der es macht tschau tschau, bis zum nächsten mal, liebe abonnen tschau 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 tschau